Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 9349 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Feuerwehrleute befreien Menschen und Tiere aus gefährlichen Situationen. Feuerwehrleute befreien Menschen und Tiere aus gefährlichen Situationen. An einem klaren Abend kann man den Leuchtturm schon von Weitem sehen. Sein Licht durchdringt die Dunkelheit. An einem klaren Abend kann man den Leuchtturm schon von Weitem sehen. Sein Licht durchdringt die Dunkelheit. An einem klaren Abend kann man den Leuchtturm schon von Weitem sehen. Sein Licht durchdringt die Dunkelheit. Eine Touristin sitzt mit ihrem Hund auf einem Felsen. Die beiden machen eine Pause. Eine Touristin sitzt mit ihrem Hund auf einem Felsen. Eine Touristin sitzt mit ihrem Hund auf einem Felsen. Die beiden machen eine Pause. Heute gibt es in Deutschland mehr als 18.000 Apotheken. Freizeit kann uns helfen, uns persönlich und beruflich weiterzuentwickeln. Ich habe alles berechnet. Schön, dass du schon aufgestanden bist. Willst du mit mir frühstücken? Schön, dass du schon aufgestanden bist. Willst du mit mir frühstücken? Schön, dass du schon aufgestanden bist. Willst du mit mir frühstücken? Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like.